Sie fahren nun die Abendhofterstraße nach Norden. Auf der rechten Seite können Sie ein kleines Waldgebiet erkennen. Hier liegt das Naturschutzgebiet Kalebüllersee. Es ist öffentlich nicht zugänglich. In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts war die Wasserfläche des Kalebüllersees bedingt durch die Entwässerung des Gotteskogs vollständig verlandet. Dichte Schilf- und Grasbestände waren vorherrschend. Der überwiegend höher gelegene Bereich des nicht kultivierbaren Landes wurde mit Fichten, Lärchen und Erlen aufgeforstet. Durch den heranwachsenden Wald änderte sich das bisher baumfreie Landschaftsbild grundlegend. Das Gelände um den ehemaligen See blieb seiner natürlichen Entwicklung überlassen. Ab 1985 erfolgte die Renaturierung des Kalebüllersees und seine Anbindung an den Gotteskogssee. Die durch Windbruch geschädigten Fichtenforste wurden in standorttypische Laubmischwälder umgewandelt. Heute kennzeichnen dieses Gebiet Schwarzerlenbestände, Reste der formaligen Fichtenforste, nasse mit Schilf bestandene Niederungen, vergraste Brachflächen, Aufforstung mit verschiedenen Laubbäumen und eine natürliche Neuwaldbildung. Im Zentrum liegt der von Schilf und Weiden umstandene See. Besonders schutzbedürftig sind die Pflanzenbestände der offen gehaltenen Bereiche. Ein reiches Vogelleben mit zahlreichen Graugänsen, mehreren Entenarten und anderen Wasservögeln ist hier regelmäßig zu beobachten. Im Schilf verborgen leben Rohrweihe, Rohrdommel, Rallen und Schilfrohrsänger. Heute wird der westliche Teil dieser Fläche, der Korridor zum Gotteskogssee, extensiv mit Galloway-Rindern beweidet. Zudem wurden hier mehrere Amphibienteiche angelegt. Wenn Sie das nächste Naturschutzgebiet in Hasberger See erreicht haben, hören wir wieder voneinander. Ich bedanke mich zunächst mal für Ihre Aufmerksamkeit.